Und wir rennen auf der Stelle. Wer möchte, versucht seine Hände zu berühren. Jetzt kreisen wir noch unsere Arme. Wir hüpfen wie die Flummis, Frösche und Kängurus. Als nächstes kommt Crisscross. Als nächstes kreisen wir uns rüften. 10 Sekunden lang den Hampelmann. Liebe Kinder, toll, dass ihr bei unserem Heimspiel mitmacht. Würfelt einfach und macht die entsprechende Übung nach. So oft und so lange, wie ihr wollt. Reit den Ball zweimal von vorne und zweimal von hinten. Reiten! Pärtchen-Schwünge! Und Gart! Als nächstes hüpfen wir wie ein Känguru. Arme nach vorne ausstrecken und die Beine so hochziehen, wie es geht. Der Flamingo. Einmal rechts und einmal links. Springen vorwärts mit beiden Beinen über die Zeit hin. Der lange Tisch. Au reinen Disação. floor panic, tief drastrop Invest. coral könnt ihr wegplay pred Asians 통he. Warum läuft die�� ignoranterweise 중에 nicht ab Griffzt.